Hi, hier ist der Björn von der Zauberbettmanufaktur. Ich habe euch heute ein paar Autos mitgebracht, wo ich euch mal zeigen möchte, was wir alles so machen in der Zauberbettmanufaktur. Wir haben einmal den Camper mit der Schondecke, mit dem Oski drin. Und jetzt möchte ich euch mal den Kofferraumausbau beim T6 California Ocean zeigen. Dieser Ausbau steht natürlich exemplarisch für alle Camper, die eine separate Matratze für die Liegefunktion haben, die man einpacken kann und dementsprechend umbauen kann, dass man dieses abbilden kann. Wir holen uns die Maße und bauen das für jeden Camper, den ihr habt. Wir haben hier unsere Teflon-beschichtete Baumwolle, die schmutzabweisend ist, wasserabweisend ist, die in der Maschine waschbar ist. Die Hundehaare bleiben an dieser Teflon-beschichteten Schondecke nicht kleben. Es ist so ausgerüstet, dass sie wirklich runterrieseln und auf dieser Liegedecke sich sammeln. Die kann man rausnehmen und dann eben waschen. Die Liegedecke hat immer zwei Seiten. Eine Teflon-beschichtete Seite, wo die Hundehaare aber anders wie bei der Schondecke kleben bleiben. Und eine flauschige Seite, wenn es mal wirklich kalt ist und der Hund wirklich längere Strecken macht, wo es richtig schön kuschelig ist. Die Hundehaare bleiben hier auch dran kleben. So, dass ihr wirklich immer nur diese Decke reinigen müsst. Nicht das ganze Teil ausbauen, nur Decke abziehen, waschen und wieder draufknüpfen. Die Seiten haben wieder die zwei Zentimeter Schaumstoffpolsterung, dass eben rechts und links alles geschützt ist, ja, auch wenn der Hund mal mit dem Pfoten dagegen kommt. Alle Seitenteile bei unseren Kofferraumausbauten oder Schondecken haben unten einen Reißverschluss, den man einfach öffnen kann und den innenliegenden Schaumstoff rausnehmen kann und somit die ganze Schondecke waschen kann. Also wenn irgendwas mal daneben geht, kein Problem.